Da wurden mehr als 40 Kinder. Die meisten waren 4 bis 6 Jahre alt. Im Glück ereignete sich am Morgen über die Flüchtlinge vor Wins-Azurück rund 350 km von Cairo anfangs. Die Uhr daher ist nicht im Betanzen an sich. Der Zugführer wurde festgenommen, weil er angeblich eingeschlafen sein soll. Augenzeugen berichten aber, der Busfahrer, der bei den Unwirkung schieben gekommen ist, habe den Bahnübergang überqueren wollen, obwohl der Zug schon in sich war. Die Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren waren auf einem Ausflug ihres Kindergartens, als das Unglück passierte. Präsident Mohamed Mose hat inzwischen in Hamburg zurück des Transportministers angenommen. Die Bittensbahnnetz und die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnübergängen sind völlig veraltet. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen. 2002 starben südlich von Cairo beim Zusammenschluss eines Zuges mit einem LKW mehr als 300 Menschen. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht breitend sich Nöbel und Rücknöbel erneut aus. Im Westen kommt mit der dichteren Bewölkung ein wenig etwas Regen auf. Die Stärkung zwischen Acht und Hengenrad. Dort muss länger klar bleibt bei bis zum Nies-Pinkgarten. Deutschland Radio Kultur Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017